Hey Leute, heute ist es soweit. Die erste Challenge vom Move the Date Mobilitäts Contest startet. Bei diesem Wetter können wir das selber klären. Der Pat hat jeden Moment angekommen und er kann sagen, ich kann schon... Oh, Jesus. Ich brauche mir schnell einen Kaffee, dann bin ich ready. Ist gut. Okay, perfekt. Also jetzt bin ich ready. Was ist genau der Plan? Wir haben hier ein E-Cargo-Bike organisiert und mit dem cruisen wir jetzt den See. Geil. Jetzt in Amerika habe ich so viel Platz. Ich habe schon gedacht, ich komme am See kaputt an. Ladies and gentlemen, let's go to the sea. Das ist die chilligste Bike, den ich je gefahren bin. Und? Das ist mega schön. Geh? Freut mich richtig. Was musst du jetzt hier genau machen? Was findest du nach alles raus? Oh, wow. Ihr habt euch für Muskelkraft entschieden. Und wir haben auch etwas organisiert. Und zwar das schicke rote Kajak für den Pat. Das ist ein Kinderspiel, Mann. Fangen wir das? Ich glaube, er hat das Gefühl, es wird sehr, sehr einfach. Aber wir haben hier noch eine Überraschung. Und zwar Nadja und Sandro von Energy, die auf mich warten werden und ihm das Ganze etwas schwieriger machen werden. Und dann ist dein Ziel mit diesem Kano. Viel Glück. Let's go. Danke. Tango und Adja sind ready. Immer für dich ready. Ich bin positive. Ich habe keinen Plan, wie das Zahnsteuer. Aber alles ist okay, solange ich nicht ins Wasser käme. Hey! 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 Was macht ihr da? Ich bin irgendwie überraschend. Wie wäre es, wenn ich es mit dem Tag rausgefallen würde? Also weißt du, jetzt kein Wind. Ja, es ist nicht. Es ist einfach so. Tinus! Es hat keinen Wind! Warte, ich probiere es nochmal. Warte! Tinus schafft es nicht. Ja, es tut mir leid, aber dann musst du den Rest überraschwimmen. Schwimmen? Ja, schwimmen. Du bist blind. Nein, nein, das kriegst du schon an. Du bist Olympiandsportler. Es geht geschafft! I made it! Also, ich habe nicht gedacht, ich schaff das. Tinus! Nice! Sehr schön! Hey, krass, wie schnell und weit kommst du mit der Muskelkraft. Ich habe sicher alle Haifischen beholt. Was mich bei der nächsten Challenge erwartet, sehen wir auf Move the Days 13. Ich freue mich. Das phenomenon ist eine große Empfehlung. Zurück, rückwärg! Ich bin ein bisschen vermisst,